Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Geresheimer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem bin ich aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Am Anfang der Analyse schauen wir wie immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Geresheimer? Geresheimer ist ein deutsches Unternehmen und ihr findet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer A0LD6E. Geresheimer beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und hat ein abweichendes Geschäftsjahr von Dezember bis November. Geresheimer ist in Deutschland angesiedelt, das Geschäftsgebiet ist aber darüber hinausgehend Europa, Asien und Amerika. Die Geresheimer AG vertreibt und produziert Spezialgläser. Und generell Verpackungsprodukte, Geräte und Lösungen, insbesondere für die Medikamentenverabreichung. Das Produktspektrum ist ziemlich breit, geht von Inhalatoren und Insulin-Pennsystemen über vorfüllbare Spritzen und Diagnosesysteme. Bis hin zu Behältern und Verschlüssen, PET-Flaschen, Pipetten, Nasensprays und Vernebler. Generell das große Thema Glas-Primärverpackungen. Darunter gehören dann auch Infusionstropf- und Sirupflaschen, genauso wie Injektionsflaschen, Ampullen und Karpullen. Aber auch Miniaturflaschen und Glasbehälter zum Beispiel für flüssige Lebensmittel, Gewürze und Spiritosen. Die Geresheimer Verpackungslösungen gibt es also nicht nur für den Medizinbereich. Sondern zum Beispiel auch für Düfte, Deos, Hautpflege und Wellnessprodukte. Und natürlich auch Beauty- und Pharmaprodukte. Und als Spezialanwendung intelligente Drug-Delivery-Systeme, also sogenannte Mikropumpen. Im Jahr 2018 hat die Geresheimer die Sensile Medical übernommen. Und seit 2019 hält sie einen 60%-Anteil an der Respi-Metrix. Die Geresheimer ist ein Spezial-Nischen-Anbieter und deswegen muss man sie auf dem breit angelegten Wettbewerb ziemlich lange suchen. Nach Marktkapitalisierung liegt sie auf Rang 38 und nach Umsätzen auf Rang 23. Apropos Spezial-Nische, in Deutschland wurde die Geresheimer als systemrelevant eingestuft. Gut 85,5% der Anteilsscheine befinden sich in festen Händen. Für uns Kleine verbleiben somit 14,5% der Anteilsscheine zum Handeln. Und jetzt schauen wir uns als nächstes die Zahlen der Geresheimer an. Und auch hier zeigen sich wieder die Vorteile der grafischen Analyse. Wir sehen auf einen Blick bei den Umsätzen geht's aufwärts. Auf 1,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022. Bei den Gewinnen ist das Bild nicht ganz so eindeutig, aber auch hier haben wir eine leicht steigende Tendenz auf 0,1 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022. Besser sieht man den Erfolg in den Relationen, deswegen teilen wir jetzt Gewinn durch Umsatz und landen bei der Netto-Umsatzrendite. Und hier stehen im Geschäftsjahr 2022 5,6% auf dem Ticker. Und wir sehen auch, die Profitabilität nimmt ab. Auch wenn viele Aktionäre sich dessen gar nicht bewusst sind, sie halten einen kleinen Anteil am Eigenkapital, deswegen schauen wir uns als nächstes die Eigenkapitalrendite an. Und die landet im Geschäftsjahr 2022 bei 7,7% und auch hier sehen wir, es geht abwärts. Und ohne als Superkapitalist dazustehen, ich denke zweistellig sollte es schon sein. Ebenfalls wichtig für Investoren ist die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, des sogenannten ROCKE. Hier landen wir im Geschäftsjahr 2022 bei 7,2% und wir sehen, die Tendenz geht aufwärts. Und Freunde der Fundamentalanalyse wissen, die Tendenz ist hier wichtiger als die absolute Zahl und natürlich gefällt mir das. Als nächstes begeben wir uns auf die Suche nach potenziellen finanziellen Risiken. Dazu schauen wir in die Bilanz auf Eigenkapital und Fremdkapital. Und wir sehen, dass sowohl das Eigenkapital als auch das Fremdkapital im Geschäftsjahr 2022 zugenommen hat. Das Eigenkapital auf 1,3% und das Fremdkapital auf 2,2 Milliarden Euro. Naheliegend wäre es jetzt, die Eigenkapitalquote zu bilden, aber da sollte man genauer hinschauen und das tun wir jetzt mal. Wir schauen jetzt zuerst auf die beiden Bilanzpositionen Other Intangibles und Goodwill. Und das tun wir deswegen, weil man früher beide Positionen wegen des Anlegerschutzes gar nicht in Eigenkapital und Bilanz einstellen durfte. Anlegerschutz, das ist doch gut, da geht es um unsere Interessen. Deswegen rechnen wir jetzt beide Positionen aus Bilanz und Eigenkapital wieder raus. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber wenn ihr nicht das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann wisst ihr sicherlich, das lohnt sich meistens. Denn jetzt sehen wir links oben den Substanzwert, also das um Goodwill und Other Intangibles bereinigte Eigenkapital. Und wir sehen, der Substanzwert ist negativ. Zur Ehrenrettung der Gerresheimer muss man aber sagen, dass man in der Grafik auch sieht, dass die Gerresheimer ihre Bilanz aufräumt. Aber die Grafik auf der rechten Seite zeigt uns, warum die Unternehmen, wenn dann mit der Eigenkapitalquote hausieren gehen, aber nicht mit der Substanzwertquote. Denn während die Eigenkapitalquote mit ca. 38%, zwar ein kleines bisschen knapp, aber an sich okay ist, haben wir eine negative Substanzwertquote. Und das gefällt uns natürlich gar nicht. Also das erste große finanzielle Risiko haben wir damit schon identifiziert. Jetzt schauen wir auf das zweite. Da geht es um die Liquidität und deswegen schauen wir auf die Current Ratio. Gut schlafen kann man hier abwerten, größer 1,5. Wenn es kleiner ist, aber größer 1, dann ist das nicht ganz so toll. Wenn es aber kleiner 1 ist, dann wird man schon langsam unruhig. Und die Gerresheimer segelt hier mit 0,7 schon hart am Wind. Und jetzt kommt noch was dazu, weil wir haben ja vorher bei der Substanzwertquote schon ein Risiko ausgemacht. Und ich sage mal, wenn man auf der Seite schon ein Risiko offen hat, dann sollte man hier bei der Liquidität einen kleinen Sicherheitspuffer einbauen. Und den haben wir natürlich erst recht nicht. Also die Current Ratio ist zu gering. In Kombination mit der negativen Substanzwertquote geht das eigentlich gar nicht. Und für sicherheitsorientierte Anleger ist das auf jeden Fall ein No-Go. Auf der Suche nach weiteren Risiken geht es jetzt um die Zukunftsfähigkeit. Deswegen schauen wir uns die Reinvestment Rate an. Hier geht es darum, ob das Unternehmen genug investiert, um den Anschluss nicht zu verlieren. In der Fünfjahresentwicklung sehen wir hier eine Reinvestment Rate deutlich größer, 100%. Da brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Passt schon Haken dran. Jetzt wird es interessant, denn jetzt kommt die wichtigste Einzelkennzahl, der Free Cash Flow. Der Free Cash Flow ist ein Instrument der Innenfinanzierung. Außerdem ist er die Basis für die Bezahlung von Zinsen und Dividenden. Besonders interessant ist er aber, weil er durch Bilanzkosmetik praktisch nicht beeinflusst werden kann. Er zeigt uns also, was Sache ist im Unternehmen. In der Grafik sehen wir sofort zwei Dinge. Erstens, die Tendenz geht ganz klar abwärts. Und zweitens, im Geschäftsjahr 2022 hatten wir einen negativen Free Cash Flow. Zinsen muss man ja bedienen. Und eine Dividende hat die Gerdesheimer auch bezahlt. Das heißt, man hat aus der Substanz ausgeschüttet. Wie heißt so schön? Kann man machen, muss man aber nicht. Schön ist es auf jeden Fall nicht. Und um es mit dem Modewort zu sagen, nachhaltig ist es auch nicht. Dafür gibt es Entwarnung bei der Zinstragfähigkeit. Die liegt bei 6,0 und da brauchen wir uns wenigstens keine Sorgen zu machen. Und damit schauen wir jetzt als nächstes auf die Preis-Wert-Relation. Aktuell müssen wir an der Börse für die Aktie der Gerdesheimer 84,40 Euro bezahlen. Auf Jahresbasis ist das ein Kursplus von 43,3%. Das Kurs-Free Cash Flow Verhältnis KCV ist leider negativ und hilft uns also aktuell nicht weiter. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBTA liegen wir aktuell bei 13,8. Im Fünfjahresvergleich ist das etwa im Mittelfeld und deutlich unter dem Branchenbenchmark von 24,2. Der Buchwert pro Aktie ist Jahr für Jahr schön gestiegen auf 41,4 im Geschäftsjahr 2022. Und der Gewinn pro Aktie lag im Geschäftsjahr 2022 bei 3,1. Die Dividende pro Anteilsschein hat sich bei 1,30 in den letzten Jahren eingependelt. Und die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,5%. Damit schauen wir uns jetzt die Bewertung der Aktie an. Bei den Analysten sind 83% auf der Käuferseite und 17% wollen erstmal abwarten. Bären, also Verkäufer, gibt es keine. Die Kursziele liegen zwischen 65,50 Euro und 101 Euro pro Anteilsschein. Bei der Cash Conversion Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free Cash Flows zu verwandeln, versagt die Gerdesheimer komplett. Und auch die Free Cash Flow Rate, also die Fähigkeit des Unternehmens, Umsätze in Free Cash Flows zu verwandeln, ist negativ. Lassen wir jetzt die Ergebnisse der bisherigen Analyse einfließen, um die Margin of Safety, die Sicherheitsmarge, zu ermitteln. Leider gibt es ziemlich viel zu meckern. Die größten Punkte sind die Current Ratio und die Extended Payout Ratio. Insgesamt landen wir bei einer Sicherheitsmarge von 55% und das ist einer der höchsten Werte, die wir hier jemals hatten. Für die Ermittlung des inneren Wertes benutze ich ein Discounted Cash Flow Verfahren, allerdings in einer besonderen Ausprägung. Ich benutze hier nämlich eine vierzügige Szenario Rechnung. Wen das genau interessiert, dafür habe ich ein ziemlich ausführliches Video gemacht. Da könnt ihr dann auch einen Excel Rechner nachbauen. Dieses Video habe ich euch verlinkt. Das Ergebnis sehen wir in der Grafik links den aktuellen Kurs der Gerdesheimer, rechts daneben die Abschätzung der inneren Werte. Übrigens bedeuten die negativen inneren Werte nicht, dass wenn man die Aktie kauft, man auch noch Geld dazu bekommt. Leider bedeutet das, dass man mit der Aktie im Vergleich zu den Kapitalkosten kein positives Ergebnis erzielen kann. Jetzt gibt es zur Abschätzung ja nicht nur das Discounted Cash Flow Verfahren, sondern auch den Economic Value Added. Das ist ein sehr modernes Instrument der Unternehmensbewertung. Hier wird die Rendite auf das investierte Kapital mit den Kapitalkosten verglichen. Bei der Gerdesheimer sehen wir hier einen negativen Economic Value Added von minus 0,57%. Und auch das bedeutet nichts anderes, als dass die Gerdesheimer ihre Kapitalkosten nicht verdient. Sie ist also ein Cash Burner. Legen wir jetzt die einzelnen Ergebnisse nochmal auf den Tisch und werten sie im Rahmen der SWOT-Analyse. Positiv an der Gerdesheimer sind vor allen Dingen zuerst mal steigende Umsätze. Außerdem erwirtschaftet sie einen Gewinn und sie hat relativ konstante Margen. Auch ROCKE und BPS waren nicht verkehrt. Gar nicht gefallen haben mir sowohl der negative Substanzwert als auch die schwache Current Ratio, insbesondere aber die Kombination aus beiden. Und für sicherheitsorientierte Anleger ist das definitiv ein No-Go. Wie wir an der Analyse gesehen haben, die Free Cash Flows waren nie eine große Stärke der Gerdesheimer und aktuell sind sie sogar negativ. In der Folge schüttet das Unternehmen aktuell aus der Substanz aus. Dazu kann ich nur sagen, kurzfristig geht es schon mal, aber kann man machen, muss man nicht machen. Vor allen Dingen, wenn der Corona-Wahnsinn zu unglaublich vielen Impfungen und natürlich auch Glasverpackungen geführt hat. Selten musste ich bei einem Unternehmen so lange über Chancen nachdenken wie bei der Gerdesheimer und richtig eingefallen ist mir eigentlich nur, das Unternehmen ist systemrelevant. Bei den Risiken haben wir natürlich wieder unsere drei Standards, Inflation, Rezession und Supply Chain. Und für mich stellt sich hier ernsthaft die Frage, gibt es eigentlich eine Wachstumsperspektive für die Gerdesheimer jenseits der Systemrelevanz? Und da muss ich sagen, da fällt mir nicht wirklich was ein. Normalerweise ist es ja Aufgabe des Unternehmens, uns davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, in das Unternehmen zu investieren. Und da muss ich sagen, zumindest bei mir ist das nicht gelungen. Nehme ich das jetzt alles zusammen, dann sehe ich aktuell keinen Grund, die Gerdesheimer zu kaufen. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich auch keinen Grund, sie zu halten. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Drum heißt mein Rat, verkaufen und was Besseres suchen. Erinnern wir uns an das Votum der Analysten, dann stehe ich komplett allein mit meiner Meinung da. Wie seht ihr das? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch, wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. An dieser Stelle die Bitte um Unterstützung meines Kanals. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonniert ihr den Kanal, dann versäumt ihr nichts. Ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.